Willkommen in der Tektonik Arena Sardona. Auf weltweit einzigartige Weise sehen Sie in diesem Weltnaturerbe, wie ein Gebirge entsteht. 200 Jahre Forschung haben hier zu wichtigen Erkenntnissen über die Entstehung der Alpen geführt. In der Tektonik Arena Sardona stehen die Berge Kopf. Uralte Gesteine liegen oben, viel jüngere liegen unten. Wie kann das sein? Die Lösung dieses Rätsels liegt im Aufbau unserer Erde. Die feste Kruste der Erde besteht aus grossen Gesteinsplatten. Wie Eisschollen auf einem zugefrorenen See treiben sie auf dem zähflüssigen Erdmantel aus Magma. Weil sich das Magma ständig bewegt, verschieben sich auch die Platten. Werden zwei Platten gegeneinander gedrückt, entsteht dort ein Gebirge. Dieser Vorgang dauert Millionen von Jahren. Machen wir darum eine Reise in die Vergangenheit. Die Alpen entstehen, wo die europäische und die afrikanische Platte zusammenstossen. Die afrikanische Platte schiebt sich dabei über die europäische und diese taucht ins Magma ab. Dabei kratzt die afrikanische Platte wie ein Spachtel die obersten Teile der europäischen ab. Diese werden übereinander geschoben und türmen sich zu Gebirgen auf. Das sich hebende Gebirge wird aber permanent vom Regen wieder abgetragen. Das Gesteinsmaterial wird von Flüssen weggespült und lagert sich am Rande des Gebirges als neue Schichten ab. Durch die Kraft der gegeneinander drückenden Platten wurde vor 20 Millionen Jahren ein altes Gesteinspaket aus dem Untergrund über diese neuen Schichten geschoben. Wir nennen dies die Glarner Hauptüberschiebung. Das ist die Erklärung, warum hier die Bergspitzen älter sind als die darunterliegenden Gesteine. Die Glarner Hauptüberschiebung gilt als die schönste Überschiebung der Welt. Sie ist gut sichtbar im Bergpanorama. Mittendrin liegt der Pizzardona, nachdem dieses Welterbe benannt ist. Über Elm im Glarnerland thronen die Tschingelhörner mit dem Martinsloch. Nirgends sonst sieht man die Spuren der Alpenbildung so deutlich in einer ursprünglichen Berglandschaft. Sie können hier hautnah erleben, mit welch riesigen Kräften die Alpen entstanden sind. Das Gebiet steht heute mit der Auszeichnung zum UNESCO-Welterbe unter dem Schutz der ganzen Menschheit. Gemeinsam tragen wir die Verantwortung, dieses Weltnaturerbe für unsere Nachkommen zu erhalten. Entdecken Sie die Tektonik Arena Sardona für sich! ... ... ... ...